Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Ganz schnell ins Hojo Lab gehen und Noel zum Geburtstag gratulieren, denn es gibt was zu gewinnen und es geht nur noch bis 23. März um 23.59 Uhr. Die Geburtstagsgrußaktion für Noel ist jetzt verfügbar in einem Teil und gewinne tolle Fanartikel. Genau, Noel hat der Geburtstag und aus irgendeinem Grund wird es spezieller gefeiert, als wenn andere Figuren Geburtstag haben, I guess. Aber gut, Noel ist halt so dieser Standard-Character von ganz am Anfang, das Noel-Banner und so, also ja, ist einfach Standard. Also, was heißt Standard, ist einfach, ja, ist einfach Noel. Heute ist der Geburtstag von Noel, also lass uns Noel unsere besten Geburtstagswünsche schicken. Hinterlasse deine Glückwünsche im Kommentarbereich dieses Beitrags, um die Chance auf ein Set von Wappen, Dreierset von Genshin Impact zu erhalten. Inverse, vergiss nicht, dich im Spiel anzumelden, um die Geburtstagsnachricht von Noel zu erhalten. 21. bis 23.03. wie gesagt, 23.59 Uhr, UTC plus 8 allerdings. Und die Liste der Gewinner wird am 3.4. in diesem Beitrag veröffentlicht und insgesamt können 20 Leute dieses 3er-Wappenset bekommen. So sieht das Ganze aus. Man hat also Paimon, dann Aether und, ähm, ach, wie heißt der gleich nochmal? Lumine, oder? Genau, ich glaub schon. Und, äh, ja, that's basically it. Teilnahmebedingungen, einfach nur ein Kommentar mit Geburtstagsgrüßen an Noel im Kommentarbereich dieses Beitrags veröffentlichen, also einfach hier runterscrollen und kommentieren. Das Sessionlein des Kommentars und die Antwort auf eine andere Antwort geht nicht als erfolgreiche Teilnahme, aber ihr müsst wirklich einen eigenen Kommentar posten, nicht auf jemand anderen antworten. Das ist ganz wichtig. Ähm, genau. Dann hier sollt ihr eure Belohnungsbenachrichtigungen vorher noch aktivieren. Einfach auf den Link klicken, das ist eigentlich ziemlich easy. Und bei Fanartikeln ist es natürlich so, dass sie ja dann auch eure Adresse brauchen. Da bekommt man dann eine Gewinnbenachrichtigung, weil man es eben aktiviert hat. Und in dieser Benachrichtigung kann man dann eben seine, ähm, ja, Daten eben eingeben. Und ja, das war's im Endeffekt schon. Das heißt, alles Gute an Noel. Hoffentlich wirst du bald ein richtiges Mitglied beim Ordo Favonius. Genau. Ja. Ihr seht schon, es gibt 31.992 Kommentare. Wie gesagt, es gibt 20 Gewinner. Also die Chance zu gewinnen ist fast nicht vorhanden. Ja. Aber hey, teilnehmen dort noch ein paar Sekunden, wie ihr gerade gesehen habt. Und von dem her wünsche ich euch viel Glück. Hoffentlich gewinnt jemand von euch. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.